so hallo liebe leute herzlich willkommen zu diesem letzten video im jahr 2017 ich möchte mich hiermit eigentlich nur mal bei euch bedanken bei den abonnenten auf beiden kanälen auf dem alten der jetzt german unicorn heißt und auf dem neuen der jetzt immerhin team heißt für diejenigen die trotz dummer sprüche und kräftigen unfug jedes mal noch mit zugucken auch wenn es nicht viele sind aber es sind welche ja es ist dieses jahr viel passiert im modding team zusammen auseinander zusammen auseinander jetzt bleibt es auseinander neuer kanal gibt das dies und das abonnenten und tschüss die am arsch video gibt so vieles aber ich möchte mich ganz herzlich also ich möchte mich auf jeden fall ganz herzlich bei dem lieben daniel bei chris also meinen moderatoren bedanken bei daniel vorrangig auch dafür dass er ab und zu mal geholfen hat was das spenden angeht dann auch das mit dem alarm für cobra 11 poster oder mit dem hirnchen den neuen maskottchen für den kanal alles made by daniel und dafür möchte ich ihm in diesem video mal danke sagen danke daniel auch an schnapsi aka chris der zwar ab und zu nicht wirklich da ist aber trotzdem mit diesen komischen haufen passt die arsch auf einmal ja und dann hätten wir noch die ja andere nasen und so ja dann bedanke ich mich natürlich auch bei meiner schwester dass sie sich lange mit mir ausgehalten hat weil verwandtschaft ist wichtig das sage ich euch auch wenn ihr eine schwester habt heute oder so auch wenn sie klein ist manchmal nervig hingehen um arm liebhaben das ist in der sache so wo haben wir noch was genau schnapsi warmer ist zwar ab und zu mal ein bisschen nervig und hat meistens bloß weiber und saufen im kopf aber wenn man braucht ist er da meistens so dann hat man ja noch die relativen neu ankömmlinge sage ich mal ich guck mal kurz die gruppe durch was haben wir denn aktuell bedanken möchte ich mich auf jeden fall auch bei will aka kenny aka hat mich vergessen der auch relativ viel spendet lieb und nett und freundlich ist dann auf jeden fall die alten leute vom dts spielgemeinschaft rene zonki den anderen habe ich vergessen wie hieß er denn rene genau und alle die mich sagen wir mal in den restlichen jahren oder in der in dem restlichen jahr aushalten mussten et cetera pp so was haben wir sonst noch das war es eigentlich ist eigentlich das reinste lober video weil ich komme einfach nicht zum spielen so und deswegen wünsche ich euch jetzt allen einen guten rutsch ins jahr 2018 feiert nicht so toll baut keine scheiße sondern macht ganz gemütlich also ich bedanke mich bei euch für also ich bedanke mich wohlgemerkt bei allen freunden bekannten abonnenten auch bei den hatern die sind manchmal tierische arschlöcher aber man kein man kann einige auch zur hellen seite der macht bekehren so und deswegen wünsche ich euch jetzt allen auf beiden kanälen einen guten rutsch ins jahr 2018 so bis zum nächsten livestream euer kobra